Wenn etwas nicht stimmt von dem, was ich sage, bitte widersprechen Sie. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, vorher mit Ihnen zu sprechen. Ich habe also alles gelesen und ich weiß, wie viel es Dinge geschrieben gibt, die nicht stimmen. Well, as long as they don't think I'm a veterinarian. Also, solange Sie nicht glauben, Sie ist ein Tierarzt, ist es in Ordnung. Ich habe gelesen... It's like most things in my life. The spirit is there, but the technique is a little... Ja, ich denke, das... Ja, gut. Wir haben gelesen, oder ich habe gelesen, Sie haben, wir machen wieder einen kleinen Sprung nach vorne, Ihr Engagement dadurch auch unter Beweis gestellt, dass Sie sich sehr stark gegen das gewährt haben, was bei uns nahezu unvorstellbar ist, nämlich zum Beispiel gegen das Finanzamt. Es war nicht hart, das müssen Sie uns erklären. Das ist wie bei dem jungen Mann im Flughafen, der da in seiner Uniform stand und zu mir sagte, ich würde alles tun, um aus dieser Uniform herauszukommen. Ich sagte, fang mit dem obersten Knopf an. So weit ist es einfach. Aber wenn man dafür bezahlen muss, fangen die Schwierigkeiten an. In the sense of that you are taking a risk and you'll have to pay for it, then that's where the difficulties come. Darf ich da noch ein bisschen weiter bohren? Also mit dem Knopf aufmachen, so einfach war das nicht. Sie haben, glaube ich, sich geweigert, Ihre Steuern zu zahlen mit der Begründung, sofern dieses Geld missbraucht würde für die Aufrüstung in Amerika. Was passierte? Das war auch 1964. Die Leute vom Finanzamt dachten, ich sei verrückt geworden. Sie denken, ich war verrückt. Vielen Dank.